Willkommen zu einer neuen Folge von WeReQuests. Heute zeige ich euch die Schwimmende Blutelfe. Das ist ein bisschen den Stil von einer Meerjungfrau mit dem Schwimmen, eigentlich so Delfine oder wie man das dann nennt. Und wie immer, Leertasche drücken jetzt auftauchen und X ist wieder abtauchen. So, das war's dann für heute schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei WeReQuests. Danke, Tschüss!